Vielen Dank für die Einladung hier nach Rothenburg. Ich war zuletzt hier vor 48 Jahren als Student von München aus und bin total begeistert. Lieber Herr Christöfler, vielen Dank für diese wunderbare Idee dieser Tagung. Eigentlich gehört das an den Schluss der Tagung, aber ich sage es jetzt mal gleich am Anfang. Was für eine fantastische Idee, diese Frage des pittoresken und Rothenburgs und den Landschaftsgarten als sozusagen auslösendes Moment ins Spiel zu bringen. Und vielen Dank für diese fulminante Einführung. Das war ja ein unglaubliche Fülle, die Sie uns gebracht haben. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich mich jetzt sozusagen auch wegen Zeitdisziplin ein bisschen mehr an mein Manuskript halte, als ich eigentlich gewollt hatte. Ja, es geht hier jetzt also um eine Art Vorspiel zu dem Thema Rothenburg und das picturesque Ende des 18. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert, nämlich um die Gartenkunst. Das Leitbild des Malerischen, das, wie wir ja schon eben gehört haben, von der Kunsttheorie der Romantik über Camille Sittes, der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen 1889 bis zu Heinrich Wölflins kunstgeschichtlichen Grundbegriffen 1915, dem im ästhetischen Diskurs immer präsent war, mit unterschiedlichen Akzentuierungen, entstammte ursprünglich der Gartenkunst, obwohl, wie wir auch gesehen haben, es natürlich seit Vasari, seit dem 16. Jahrhundert schon den Begriff pittorescu gibt im Kontext der Malerei. Und diese Ästhetik des Pittoresken aber entstammte ursprünglich der Gartenkunst, die sich ab etwa 1730 von den strengen Regeln der Geometrie und der grünen Architektur des Barockgartens zu lösen begann. In Gestalt des englischen Landschaftsgartens verband sie sich stattdessen innig mit den künstlerischen Rezepten der Landschaftsmalerei. Johann August Nahls Ansicht der Kasseler Teufelsbrücke während der Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe vor 220 Jahren zeigt, wie dramatisch die malerische Qualität dieses Gartenbildes mit dem Spiel des Lichtes und dem sprühenden Wasserschleier zwischen den dunklen, künstlich aufgetürmten Felsen gesehen werden sollte, gleichsam als ein lebendiges Gemälde. Doch damit sind wir der Entwicklung weit vorausgeeilt, die bereits vor 1700 mit der Kritik an der barocken Gartenkunst, wie sie damals auch in England vorherrschte, eingesetzt hatte. Hier das Beispiel des Landsitzes des Bankiers Sir William Child, Mondstadt, bei London, am Horizont oben links. Ist das im Moment der Rote? Ja, Sie müssen in der Mitte. Da können Sie noch die St. Paul's Cathedral und den Umriss der Londoner Stadt sehen. Ein Garten, der sich zum Teil am höfischen Versailles, zum Teil an holländischen Vorbildern orientierte. Gartenkritik, und das hängt jetzt mit der großen gesellschaftlichen Umwälzung in England im 17. Jahrhundert zusammen, wurde im Diskurs des 18. Jahrhunderts zur Gesellschaftskritik. Der 1779 von dem Kieler Gartentheoretiker Hirschfeld geprägte Begriff der Gartenrevolution meinte vor dem Hintergrund der philosophischen, gesellschaftlichen und politischen Umwälzungen der Aufklärung nämlich nicht nur den neuen ästhetischen Aspekt der Bildhaftigkeit, sondern die Rezeption freier Natur als antiabsolutistische, antifeudale, ja sogar republikanische Botschaft, die im naturgläubigen Deismus im 18. Jahrhundert geradezu religiöse Züge annahm. Vom moralisierenden Humanismus Lord Shaftsbury's, der Name war eben schon gefallen, bis zur Physikotheologie Isaac Newtons. Wo menschliche Freiheit aus dem Naturrecht begründet wurde, konnte umgekehrt unberührte Natur zum Freiheitssymbol werden. Während das seit der Antike geläufige Beschneiden der Pflanzen in mitunter abstruse Formen und immer grüner Architekturen, die Arztopiaria, nun als Vergewaltigung der Natur galt, erschien ein prächtiger, sich frei auswachsender Baum, edler, Zitat, edler als ein Monarch in seinem Krönungsornat, so der Dichter Alexander Pope, einer der Väter des Landschaftsgartens. Ähnlich Rousseau, für den in seinem Erziehungsroman Emil 1762 die einfühlende Landschaftsgärtnerei zur Metapher für eine anti-autoritäre, die natürlichen Anlagen des Kindes nicht beschneidende, sondern entfaltende Erziehung wurde. Hierzulande hat Daniel Schodowiecki 1778 in seinem didaktischen Bilderbogen natürliche und affektierte Handlungen des Lebens, die vermeintliche Zwanghaftigkeit des gekünstelten Höfischen und die scheinbare Natürlichkeit des freien bürgerlichen Habitus und somit auch die ethischen Grundhaltungen durch die entsprechenden Gartenstile charakterisiert. Dieser kritische Diskurs des 18. Jahrhunderts führte aber auch zu einem bis heute unausrottbaren Missverständnis, nämlich, dass der auf Geometrie und architektonische Formen basierende Barockgarten künstlich, der englische Landschaftsgarten aber natürlich sei. De facto ist die Landschaftsgärtnerei kaum weniger künstlich, in ihrem Versuch, Natur nachzuahmen, als der Gebrauch von Zirkel und Lineal, wie wir sehen werden. Welche Natur war überhaupt gemeint und wie sollte sie in einem dauerhaften Gartenkunstwerk dargestellt werden? Dauerhaft, wo die Natur doch lebt und sowieso abstirbt und in ständiger Veränderung begriffen ist. Die Entwicklung des schon sobald sogenannten englischen Gartens auf den Landsitzen der neuen aufgeklärten und liberalen britischen Elite, ungeachtet dessen, was sie über den Hintergrund mit Recht gesagt haben, dass die Bewegung der Einhegungen, die Privatisierung des großen Landbesitzes, die Anlage von Kapital, was zum Teil eben aus Börsenspekulationen gewonnen war, aus Ehe-Stiftungen und ähnlichem, Heiratspolitik, spielte eine große Rolle. Und dieses hereinkommende Geld wurde eben in große Landbesitzer investiert, aber trotzdem dem entsprach auf der anderen Seite eben diese sozusagen Ideenwelt, von der ich hier spreche, eines neuen, freien und liberalen, im Grunde genommen bürgerlich-aristokratisch-gedachten Daseins. Und das ist eine britische Elite gewesen im damals fortschrittlichsten Land Europas, das darf man nicht vergessen, auch mit seinem parlamentarischen Modell der Monarchie. Diese Entwicklung kann ich in ganz wenigen, oder möchte ich in ganz wenigen Schritten nachvollziehen, wie sich die Gartenkunst entwickelt hat. Da wäre erstens mal sozusagen das Kapitel gescheitertes Charawadgi. Auch der Begriff ist eben bei Herrn Christöffler schon gefallen. Der Versuch, sich alternativ zum strengen, vorherrschenden Gartenstil am Vorbild der auf meditativer Intuition beruhenden chinesischen Gartenkunst zu orientieren. Das sogenannte Charawadgi als Kunst der schönen Unordnung und Unregelmäßigkeit, die damals gerade über die Stichwerke der jesuitischen Missionare bekannt wurde. Hier ein Stich vom Pater Matteo Ripa, der Kaiserlichen Gärten, der Residenz Jehol in China. China war ja ganz abgeschlossen und die Jesuiten waren eben die Ersten, die ins Land kamen. Und diese Dinge auch im Westen bekannt machen. Und auch gerade eben in England am Anfang des 18. Jahrhunderts wurden diese Werke auch gekauft, etwa von Lord Burlington, der gleich noch hier in Erscheinung treten wird. Also der Versuch, sich nun am Chinesischen zu orientieren, das dann im 18. Jahrhundert später immer wieder eine Rolle spielte, bei William Chambers etwa, scheiterte aber zunächst, weil, wie Sir William Temple schon 1692 Treffen formulierte, die Mentalität der Chinesen von unserer Europäischen so weit entfernt ist wie Irland. Verschnörkelte Wegeführung hier unten rechts und abrupte Überlappungen der herkömmlichen Alleen durch amöbenförmige Gewässer und Pflanzungen signalisierten eher die Hilflosigkeit der westlichen Gartenkünstler, wie dieser Gartenkundriss aus Betty Langley's New Principles of Gardening 1728 zeigt. Der westlichen Mentalität entsprach stattdessen das denkende Anschauen und anschauliche Denken in Bildern, das zuerst zur Dekonstruktion der Barockenordnung und schließlich zur Transformation des Gartens in dreidimensionale, begehbare Gemälde führte. Zweitens, der Garten als Bühne. Der nächste Schritt bestand darin, die hierarchischen barocken Achsen und Raumstrukturen zugunsten kleiner, irregulärer und asymmetrischer Partien aufzubrechen und abwechslungsreiche Schauplätze im Garten zu inszenieren, die wie Theaterszenen funktionierten. Lord Burlington's bemünnte Villa in Chiswick bei London mit ihrer imposanten Staffagenfülle um 1730 galt als Prototyp dieses Übergangsstils. Sie sehen hier schon einige natürlichere Partien, auch Schlängelwege, aber auch chinesische Zickzackwege, die sind ja zickzack, damit die Geister, die können immer nicht um die Ecke gehen, einen nicht verfolgen können. Dann aber auch barocke, wie Jagdsterne konstruierte Gebilde und auf der anderen Seite aber doch eben dann immer Gebäude, kleine Gebäude, die in den Park eingesprengt sind. Und ganz typisch ist, dass jetzt zu einem Plan immer gleichzeitig auch die Randviduten, die Ansichten aus verschiedenen Blickwinkeln auch gegeben werden. Das ist aus dem berühmten Vitruvius Britannicus, diesem großen englischen Architekturwerk, das ab 1715 von Colin Campbell herausgegeben wurde und dann aber eben in verschiedenen Auflagen bis ans Ende des 18. Jahrhunderts, bis ins Früh 19. Jahrhundert fortgesetzt wurde. Von Architekten der Renaissance wie Bramante, Serlio und Inigo Jones konnte man solche aus Miniaturbauten und Baumkulissen bestehenden Bühnenstafaschen mitsamt ihrem zum Grama gehörigen Stimmungscharakter und ihren emblematischen Bedeutungen in den Garten übertragen. Beispielsweise wanderte der legendäre am Kreuzingungsort Petri in Rom errichtete Tempietto Bramantes aus dem Jahr 1502 links oben 1635 in das Blumenbild einer Waldszene von Inigo Jones. Im Landschaftsgarten taucht 100 Jahre später ein ähnlicher, wenn auch eher am antiken Vorbild des Wester-Tempels orientierter Tempietto in einem landschaftlich bereits voll ausgeformten Ambiente auf. William Kent's Tempel der alten Tugend in den elysischen Gefühlen von Stowe, Buckinghamshire. Stowe ist ja einer der berühmtesten Landschaftsgärten aus der ersten Hälfte des oder Mitte des 18. Jahrhunderts in England. Nature abhalls a straight line, die Natur verachtet die gerade Linie. Das war Kent's Maxime und Zettel, Richtschnur und Baumschere hatte er mittlerweile dann schon gänzlich verbannt. Drittens, der Garten als Bildergalerie. Durch Berlingons Schützling, den Maler und ersten Landschaftsgärtner William Kent, wurde die englische Gartenkunst in ihrer zweiten Phase ab etwa 1735 verstärkt an den Kompositions- und Gestaltungsprinzipien der Landschaftsmalerei orientiert. Das heißt, verschiedene ineinander verschränkte Bildgründe, attraktive Architekturmotive, in malerischer Schrägsicht, Cena per Angolo hieß das bei den Bühnenbildnern, Repoussoirs im Vordergrund, belebende Farbenperspektiven und spannende Lichtschattenwirkungen. Der englische Garten stellte fortan idealisierte Natur in dreidimensionalen, begehbaren Bildern dar. Er wurde von Alexander Pope bis zum Fürsten Hermann von Pückler-Muskau über ein Jahrhundert lang immer wieder mit einer virtuellen Bildergalerie verglichen. Als Vorbilder galten den Gartenkünstlern die mit antiken Versatzstücken ausstaffierten Landschaftsgemälde Claude Laurence und Gaspar Poussens aus dem späten 17. Jahrhundert und auch noch einiger anderer Maler, aber das sind vielleicht die bekanntesten, die noch an arkadische Mythen oder pastorale Poesie anknüpften und vor allem durch die beliebte Bildungsreise nach Italien noch ganz aktuell und erlebbar geblieben waren. Mit den Augen Claude's, Claude Laurence, in den heimischen Gärten manch neues Tivoli zu schaffen, Sie sehen hier eine solche Szene von Claude Laurence, forderte etwa William Mason 1772 in seinem Lehrgedicht The English Garden. Tatsächlich wurden ähnliche Szenen in zahlreichen Landschaftsgärten nachempfunden, wobei der ruinöse Wester-Tempel in Tivoli gelegentlich in neuem Glanz rekonstruiert wurde, wie hier 1806 im Park des Fürsten Esterhazy im österreichischen Eisenstadt. Für wildere romantisch-nordische Szenen, Felsengebirge, Wasserschluchten, Wasserfälle boten sich die gleichermaßen bekannten Kompositionen niederländischer Landschaftsmaler wie Jakob von Reustal und Albert von Ewerdingen an. Noch 1815 orientierte der Münchner Hofgartenintendant Friedrich Ludwig von Skel seine Gartenbilder im Englischen Garten zu München explizit an Claude und Reustal. Die Hauptansicht in Henry Hawes, Landschaftsgarnsdauer Herr Wiltshire um 1754 vollendet, scheint geradezu perfekt am Gemälde von Claude Laurent aus dem Jahre 1672 nachempfunden zu sein. Das hat zuerst Kenneth Woodbridge in seinem Buch über Landscape and Antiquity aufgedeckt, aufgedeckt, das Gemälde Eneas in Delos, heute National Gallery. Die These wird inzwischen beschritten, weil man herausbekommen hat, dass das Gemälde von Claude Laurent erst nach Starhead nach England gekommen ist. Ja, wie kommt denn das? Das aber, es kam nach England, war aber als Zeichnung aus Claudes Skizzenbuch, Lieber Veritatis, das sich im Sitz von Horace, vorhin Claude Burlington befand, dann in der Burlington Devonshire Collection, den Fachschöfern frühzeitig bekannt. Es gab eine enge Verbindung zwischen Chisic und Starhead und der Architekt, der gefördert wurde von Burlington, Henry Wittcroft, hat 1754 dieses sogenannte Pantheon gebaut. Natürlich ist das nicht 100% 1 zu 1, aber ich denke, das ist eine überzeugende Umsetzung sozusagen eines Bildmotivs in einem Garten. Eine solche Bildregie setzte freilich optimale Betrachterstandpunkte voraus, heute würde man sagen Shooting Points, und entsprechende Blickachsen, die auf dem Gartenrundgang zumeist durch Inschriften oder Ruhebänke markiert waren und manchmal in den zeitgenössischen Gartenführern sogar genauer erläutert wurden. Der schwedische Architekt Frederik Magnus Pieper hat 1779 in seiner Bauaufnahme von Starhead nicht nur die Bepflanzungen, die Wege, die ja als stumme Führer so verschragen, hat ein Buch oder ein Artikel geschrieben über die stummen Führer in den Gärten und das sind eben die Wege. Da sind eben die Wege, die Blickachsen und die wichtigsten baulichen Staffasen eingetragen, eben erstmals die Sichtachsen durch Strichlinien gekennzeichnet. Jedenfalls der erste Plan, der mir bekannt ist, er hat hier überall gezeichnet, wo gewissermaßen die Hauptansichten von welchen Blickpunkten aus zu sehen sind. Die programmatisch häufig mit literarischen und philosophischen Bedeutungen aufgeladenen Gartenbilder auf dem Rundgang waren in Wirkung und Abfolge genauestens kalkuliert. Ich möchte Ihnen dies an einem Beispiel aus dem Wörlitzer Landschaftsgarten des Fürsten Leopold Friedrich Wanns von Anhalt-Dessau illustrieren, der in seinem Gartenreich ab 1763 ein aufklärerisches und didaktisches Bildprogramm verfolgte. Sichtachsen können dabei zu Sinnachsen werden. So weist der Sichtenfächer des sogenannten Toleranzblickes, der sich über die Graburne einer 1769 als Kleinkind verstorbenen Tochter des Fürstenpaares im Vordergrund und jenseits eines Wasserlaufs, der an den mythischen Totenfluss Sticks erinnert, in die Tiefe des Parks erstreckt, auf drei sukzessiv ausgebaute Perspektiven. Man kann sie im Geiste von Lessings Ringparabel aus dem Nathan 1778 auf drei gleichwertige religiöse Bekenntnisse beziehen. Die zentrale christliche zeigt den 1804 noch einmal neugotisch überhöhten Kirchturm. Also der Kirchturm war, es gibt eine ältere Vedute aus den frühen 70er Jahren, da ist der Kirchturm schon eben der alte Kirchturm zu sehen. Es geht um den Kirchturm als Begriff, auch wenn Sie später an die Bilder von Kaspar David Friedrich denken, dann tauchen diese Kirchengebäude über dem Wald auf und so weiter. Das ist eben immer der Hinweis auf diese christliche Transzendenz-Idee. Die Linke auf den antikischen Rundtempel, der 1788 als Synagoge eingerichtet wurde, und das musste man natürlich im Kopf haben, und dann der Rechte auf den Warnungsaltar hier, der Gottes Offenbarung durch die Natur anspricht, also Deismus, und 1800 als erste Mahnung auch für den Naturschutz errichtet wurde, in Schrift, Wanderer, achte Natur und schone ihrer Werke. Nicht ihre Werke, wie immer fälschlich gesagt wird, sondern schone ihrer Werke im Genitiv. Aber genau hier, genau darin lag ein Problem. Sinn und Verständnis solcher Gartenbilder waren damals und sind auch heute kaum ganz eindeutig zu entschlüsseln. Sie konnten somit in erster Linie nur von literarisch- und kunsthistorischen Gebildeten so recht geschätzt werden. Wissen und die subjektive Imagination, Sie haben vorhin bei Herrn Christöffler schon Hinweis auf Edison, 1712, Upon the pleasures of the imagination, also über den Anteil des Betrachters an der Vorstellung, der Betrachter formt das Bild, der interpretiert das mit seinem Vorwissen, das spielte eine wichtige Rolle. Und gegen eine allzu elitäre Ausstattung eines Landschaftsgartens, zumal, wenn es sich hier, wie auf der linken Seite, erstmals um einen Volkspark handelte, der Englische Garten in München, 1789 folgende, da erhob sich doch so manche Kritik, was da denn ein Apollo-Tempel mit diesem antiken Gott eigentlich dem Münchner Bürger so heutzutage sagen sollte, der aus der Stadt dahin kam und mit der griechischen Mythologie nicht mehr so viel am Hut hatte. War so viel klassischer Bildungspalast überhaupt noch notwendig? Sprachen nicht Form, Farbe und Stimmung der gestalteten Landschaft für sich? Dann komme ich zu vier. Der Betrachter ist im Bild. Diese Frage führt uns dann zur nächsten Entwicklungsstufe des landschaftlichen Gartenstils, zur sensualistischen Wirkungsästhetik. Der Gartentheoretiker Thomas Wadley forderte in seinem einflussreichen Buch Observations on Modern Gardening 1770, das schon 1771, also ein Jahr später, in Leipzig auf Deutsch erschien, die Gärten sollten nicht kompliziert verschlüsselt und allegorisch verrätselt werden, sondern jenseits allen Bildungswissens nur durch Form und Farbe, expressiv und ganz unmittelbar auf alle Sinne wirken, Stimmungen erzeugen und auf diese Weise gezielt bestimmte Gefühle wecken. Nur so könnten sie ein breiteres Publikum ansprechen. Das ist interessant, weil Sie vorhin Payne Knight zitiert haben und der sagt dann selbst bei der pittoresken Wirkung, es hänge sozusagen vom Vorwissen des Betrachters ab. Das ist ein instanter Punkt zu diskutieren, denn in der sensualistischen Ästhetik wird eigentlich davon ausgegangen, dass das eben gerade nicht mehr nötig ist, sondern dass es so etwas wie eine Grammatik gibt, die automatisch sich allen Sinnen aller Bürger gleich mitteilt, ohne ihr Vorwissen. Dass also eine Form immer für jeden eine ganz bestimmte Wirkung entfalten kann. Betrachter, oftmals Rückenfiguren, hier eine Szene mit dem chinesischen Turm im Hintergrund im Englischen Garten in München von Mettenleitner, sind oft schaunt oder auch zeichnend dargestellt, aber sie stehen dem Gartenbild nicht distanziert gegenüber, sondern sie leben mittendrin und lassen es offensichtlich ganz tief auf sich wirken. Unter dem Einfluss der Ästhetik Berks Philosophical Inquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful 1757 wurde im sentimentalen Garten ein regelrechter Formenkatalog namentlich des Schönen und Erhabenen entwickelt, deren Wirkungen sich in den Affekten der abgebildeten Parkwanderer widerspiegeln. Ehrfurchtsvolle Bewunderung etwa, mit großen Gästen, vor dem erhabenen Wassersturz des gigantischen Kasseler Aquäduktes um da Melancholie am abgeschiedenen Trauerort nahe am murmenden Bach im Dunkeln im Seifersdorfer Tal bei Dresden. Sie sehen sogar den frierenden Hund, der Endürerstich der Melancholie mitgegeben ist. Das Rezeptwissen der Gartentheorie reicht bis zum Ausdruckswert, den ganz bestimmte Bäume erzeugen. So gibt Hirschfeld, der Kieler Theoretiker, in seiner Theorie der Gartenkunst 1782 eine katalogartige Liste der Bäume, die sich nach Form, Wuchs, Charakter und Farbe besonders für Trauerszenen eignen. Die Empfindung des Schönen im Sinne Birgs wurde durch abgerundete Formen, sanfte, gleitende Übergänge erzeugt. Der professionelle englische Landschaftsgärtner Lancelot Brown, genannt Capability, weil er immer von den Capabilities, von den Möglichkeiten, von dem Genius Lozi des Ortes ausging, arbeitete ab den 1750er Jahren in seinen Pflanzplänen, wie er selbst sagte, mit einer regelrechten Gartengrammatik. Bestehend aus solitären, majestätischen Baumgruppen, Clumps, Baumgürteln, Belt, sanften Geländemodellierungen, Undulating Ground, serpentinenförmigen Teilchen und weitgeschwungenen Wegen, wobei er gern der von William Hoggars 1753 propagierten Line of Beauty, auch dies übrigens im Folgejahr 1754 schon ins Deutsche übersetzt, folgte. Brown erläuterte, er setzte Massen und Intervalle wie Punkte, Kommata und Bindestriche, eine Methodik, die hierzulande für Friedrich Ludwig Scales sogenannten klassischen Stil und seine Nachfolger bis hin zu Pückler relevant blieb und zu differenzierten Vorschlägen führte, wie denn die Pflanzung eines Klamms am natürlichsten wirken würde. Sie sehen das hier oben, die verschiedenen Möglichkeiten vom Cancans über hier verschiedene Anordnungen und das gibt es in mehreren der Gartentraktat. Also man sieht die Differenziertheit der ästhetischen Überlegungen, die hinter einem solchen, einer solchen Gartenansagen stecken. Damit komme ich zum letzten Punkt, die Verselbstständigung des Pittoresken. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts bestimmt ein aufsehenerregender Diskurs, zunächst mal Diskurs um das Pittoreske, die englische Gartendebatte und Naturrezeption. War Bildhaftigkeit bis dato ein neues gartenkünstlerisches Medium, um im Rückgriff auf das bildungsgesättigte Bildgedächtnis der Eliten in den Gärten neue weltanschauliche Werte und eine zunächst bildungsträchtige und dann zunehmend sensualistische Wirkungsweise zu vermitteln. So verselbstständigte sich das Medium gegen Ende des Jahrhunderts als autonome ästhetische Qualität. Das Medium wurde zur Message, wie es der Medienteoretiker Marshall McLuhan 1968 formulierte. Ausgangspunkt war dabei die Kritik an den nun als Stereotyp wiederholten und mittlerweile als langweilig empfundenen Landschaften Brauns einerseits und der schauervollen Effektherrscherei seines Gegenspielers William Chambers andererseits, der den Parkbesucher nicht nur durch dunkle Höhlen und gefährliche Schluchten beeindrucken, sondern sogar mit Wolfsgeheul und Elektroschocks erschrecken wollte. Ich gehe darauf nicht näher ein. Das ist die berühmte Dissertation on Oriental Gardening. Chambers schiebt seine Ideen gewissermaßen den Chinesen in die Schuhe. Die hatten niemals Elektroschocks in ihren Gärten verwandt, soweit man weiß. Aber er macht eben heraus einen Parkour, der schon an eine Art Geisterbahn erinnert und sozusagen schnelle, wechselnde Gefühle in Betracht erzeugen wollte, weil der Küchen- und Salatgärtner Braun doch diese ganze Idee der Gärten ruiniert habe. Also, davon sich emanzipieren von Brown und von Chambers nun ein dritter Weg. In seinen Three Essays on Pictures of Beauty 1792, Deutsch 1800, setzte Reverend William Gilpin das Erhabenschöne Erhaben, weil jenseits eines menschlichen Maßstabs unendlich monumental und auch in einer fast symmetrischen, tektonischen Formation diese Landschaft, schön aber, weil in harmonisch sanft abgerundeter Staffelung und gleitenden Übergängen der Bildgründe und Lichteffekte, also dieses Schön Erhabene oder Erhabenschöne setzte er gegen das Pittoresk Erhabene, Erhaben Pittoreske. Zwar noch immer unendlich großräumig als Landschaft gedacht, aber dynamisch diagonal komponiert mit asymmetrischen Gewichtungen der Massen, nervös zickigen Konturen und dramatisch kontrastierenden sehr erfolgreiche Landschaftsgärtner Humphrey Repton debattierten in ihren zahlreichen in schneller Folge großenteils auch in Deutsch übersetzten Beiträgen zwischen etwa 1770 und 1815 in erster Linie über das Pittoreske als einen ästhetischen von allen gesellschaftlichen und moralischen Gehalt und Normen abgelösten Selbstwert. Seitenweise ließen sie sich über die komplexen Form- und Kompositionsprinzipien des Irregulären aus, die subtilen Wirkungen der fahrig aufgebrochenen Silhouette, die Schönheit des irrisierenden Flimmerns von Licht und Schatten. Michael Kitson am Courthard-Institut pflegte he used to say Michael Kitson the delicate use of light and shade. Die lebendigen Farbschattierungen, kontrastierenden Texturen und wechselnden Beleuchtungen. Also es geht sozusagen um die Emanzipation des La Polar. Gilpins Illustrationen des Pettoresken, die wir eben gesehen haben, ähnelt der kurz zuvor von dem Maler Alexander Karsens erprobten Blott-Methode zur freien Erfindung von Landschaftskompositionen. Das abstrakte Klecksen, die Klecks-Methode Kotsens, das uns heute fast an das Informe Jackson Pollocks erinnert, ging, wie Werner Busch gezeigt hat, der Identifikation des Motivs und jeder Vergegenständlichung voraus. Mit anderen Worten, Natur wird hier nicht nachgeahmt, sondern im Bild originär erschaffen. Dementsprechend verstand sich das Pettoreske als eine autonome ästhetische Kategorie, die sich auf alle Felder der Wahrnehmung und des Kreativen anwenden lässt. Man klassizierte typische Bildmotive und ganze Landschaften als Pettoresk, beschrieb die spezielle Art und Weise, sie zu bereisen und richtig wahrzunehmen vor dem Hintergrund des aufkommenden pittoresken Tourismus, etwa im wildanmutigen Lake District und in den rauen gebirgenden Schottlands. Die neue Sensibilität gegenüber den modellierenden Wirkungen des Lichts in Wichselwirkung zu Form und Farbe hat er besonderen Stellenwert. Ich zitiere mal, aber er, wenn er sieht, wenn er es differently affected by a lowering sky oder a bright one , might probably see two different Landscapes. He might not only see distances blotted out or splendidly exhibited, but he might even see variations in the objects themselves, and that merely from the different times of the day in which they were examined. Ich sage das nochmal auf Deutsch, weil es ein bisschen kompliziert ist, aber derjenige, der irgendeine Szene anschaut, wenn sie unter den Umständen, dass sie von einem lowering sky, also dämmernden Abend beleuchtet wird oder einem hellen Tageslicht, der könnte möglicherweise eben zwei ganz verschiedene Landschaften sehen. Und er sieht nicht nur, dass sozusagen Entfernung aus dem Bild herausgenommen wird, distances blotted out, oder sogar besonders betont werden, sondern er sieht sogar Variationen in den Objekten selbst. Und das nur von den verschiedenen Tageszeiten her, zu der sie betrachtet werden. Und das ist ganz wichtig, weil es ja in der Gartentheorie dann auch Gärten gibt, einen Morgen- und Abendgarten und so weiter, die also auf die Tageszeiten, auf die Jahreszeiten sowieso ausgelegt sind, also auf den Faktor Zeit. Das hat Gild in 92 geschrieben, in diesen Three Essays. Zehn Jahre später demonstrierte der Praktiker Repton in einer Tag- und Nachtansicht einer Gutslandschaft, das ist was Sie hier sehen, diese Varianten, die es bei der Gestaltung zu berücksichtigen galt. John Claudius Lauden, der bedeutendste Gartenfachmann neben und nach Repton veranschaulichte in seinem Buch On Forming, Improving and Managing Country Residences 1806, fast karikaturhaft die überholte Manier Browns in Kontrast zu seinem eigenen pittoresken Entwurf. Das ist bereits auf den ersten Blick im Grundriss anschaulich. Sie sehen hier also nochmal Brown mit dieser Grammar, der Gartengrammatik, der Bett, die Kulissenpflanzung mit dem Gürtelweg ringsrum, die Klamms, ist natürlich hier in einer gemeinen Weise ist das sozusagen karikiert, indem diese Plums einfach so hingekotzt werden. Und dann sieht man diese Serpentine und so weiter und dann auf den ersten Blick schaut, diese ganz vielen Einzelbäume, was machen die für nervöse Konturen, das ist ja ein Wort hier, die Wasserfläche ausgebuchtet und so weiter, hier gibt es dann noch ein Stück formalen Garten am Herrenhaus selbst, der dann noch bleibt, auch um die Tradition sozusagen vorzuzeigen, das ist auch ein interessanter Punkt und man sieht es aber noch viel mehr, wenn man jetzt also die Ansicht davon, links also eine ziemlich öde Angelegenheit, wo auch die Kühe bis zum Esszimmer hoch grasen können und dann durchs Fenster gucken, das hat man dem Braun ja auch immer vorgeworfen und dann hier diese dramatische Ansicht, wo der ganze Hahn sozusagen weggesprengt wird und man sieht, was für ein ungeheurer Kostenaufwand betrieben werden hätte müssen oder teilweise auch betrieben worden ist, um eben eine solche pittoreske Landschaft aus rein ästhetischen Gründen herzustellen, eine Transformation. Repton selbst verwandelte tatsächlich nach 1800 in großem Stil herrschaftliche Gutslandschaften in pittoreske Szenarien, wobei er soziale Realitäten wie etwa den Blick auf die Arbeitersiedlung der nahen Industriestadt Bristol, die die schöne Illusion stören könnten, geschickt kaschierte. Das ist das, die These, die Christoffler zum Schluss sozusagen über diese Illusion oder wie sagten sie noch? Die Sie. Ja, über die Täuschung, die Täuschung, Täuschung kann ja was sehr Positives sein, angenehme Selbsttäuschung und so weiter, aber Täuschung hat natürlich auch moralisch was Böses. Im elitären Diskurs über das Pittoreske verblasste allmählich das einstige Ethos der Gartenrevolution. Unter moralischen Gesichtspunkten wäre es verwerflich gewesen, armer Leute Kinder als Hirten verkleidet oder als Zigeuner, als Gypsies in Gartenbildern auftreten zu lassen, als Steigerung pittoresker Anmutung erschien ein solcher Vorschlag für einen, wie er sagt, Living Fans, einen lebenden Zaun, wie ihn William Mason in diesem Gedicht Seenglisch Garden 1783 formulierte, jedoch legitim. Selbst vor Rezepten, wie man einen frei wachsenden Baum durch künstliche Verkrüppelungen zum pittoresken an die malerisch Schwedenbäume Salvatore Rosas älnernden Motiv verbiegen kann, schreckte man nicht zurück, wie Lauden 1806 allerdings unter Hinweis auf den materiellen Wert des Buchholzes für den Schiffbau in seinem Kapitel über Useful and picturesque planting darstellt. Also hier die Zeichnung von Salvatore Rosa, der immer diese wahnsinnig pittoresken Bäume, auch abgestorbene Bäume, wie man sie teilweise sogar in Landschaftsgärten künstlich einsetzte als Element, wie man das durch Bending herstellt. Ich muss fairerweise sagen, ich habe die Stelle bei Lauden nochmal nachgelesen und er spricht immerzu vom wirtschaftlichen Nutzen, dass dieses Buchholz wahnsinnig gut verkäuflich wäre, eben für den Schiffsbau, aber er tut es eben in dem Kapitel on useful and picturesque planting und er vermengt doch beide Sphären so ein bisschen. Also er hat nicht explizit gesagt, so müsst ihr die Bäume biegen, damit sie im Garten so aussehen, aber er unterstellt das eben doch. Und das pittoreske erfasste alles Sphären, so auch den ethischen Anspruch der klassischen Architektur, insbesondere des Palladianismus, den man mit gutem Grund, ich habe das in meiner Sissolution gemacht, 1982 publiziert, Palladianismus, den man als Moral Architecture bezeichnen kann, der eng verwoben war mit bestimmten Vorstellungen auch der Freimaurerei über Balance, über die Balance und die moralische, also über die architektonische Moral und die moralische Architektur. Da gibt es einen ganz engen Zusammenhang und jetzt bricht sozusagen das pittoreske über die klassische Architektur ein. Der ehrwürdige englische Palladianismus und Klassizismus, den beispielsweise hier in Deutschland Johann Heinrich Christoph Jussow 1792 für Schloss Wilhelmshöhe im Kasseler Bergpark wählte, schien unter pittoresken Gesichtspunkten völlig untauglich. Ein Zitat von Gülpin, wenn wir dem noblen in Klammern klassizistischen Bauwerk pittoreske Schönheit geben wollen, müssen wir den Vorschlaghammer nehmen, die eine Hälfte zertürmern, die andere abschlagen und die verstümmelten Fragmente auf einen Haufen werfen, kurz von einem glatten Gebäude müssen wir das Bauwerk in eine raue Ruine verwandeln. Das forderte Gülpin und Jussow, der Gülpin Schriften mit Sicherheit kannte, hat im gleichen Jahr probeweise mal das Kasseler Schloss Wilhelmshöhe eben als Ruine den Mittelteil entworfen. Die beiden Flügel waren zu diesem Zeitpunkt schon gebaut. Besser geeignet für eine malerische Ansicht war jedoch die mittelalterliche gotische Burgruine. Ich bin jetzt in meinem Vortrag nicht eingegangen auf pittoreske Eremitagen, auf Ruinen speziell, das sind jeweils ganz große Themen, sehr breit vertreten, aber stehen Ihnen vielleicht auch vor Augen. Und auch in Kassel eben eine gotische Ritterburg, die sich von Anfang an als Staffage im Landschaftsgarten ja großer Beliebtheit erfreute, von Strawberry Hill aufwärts oder vielmehr von Alan Basshorst in Siren Sester ist die erste gotische Burgruine 1728 schon. So Kassel gebaut dann von Johann Erdmann Hummel, schöne Ansicht von 1799 und da sieht man eben die Löwenburg jetzt als Pendant hier auf der linken Seite oben im Walde für Landgraf Wilhelm den London als romantisches Pendant zum Schloss und zum römischen Aquadukt gegenüber konzipiert. Romantischer Rückzugsort die Löwenburg und auch Grabstätte des Fürsten. Der Landschaftsgärtner Repton hat schließlich, damit komme ich zum Schluss, 1816 in seinem Design to exemplify a regular Outline in Castle Gothic, das langgültige Modell für die malerisch-romantischen Residenzen nicht nur in England, sondern auch für die nachhaltige Anglomania auf dem Kontinent gesetzt. Die Ästhetik des Pittoresken und die visuellen Reize malerischer Schönheit Klammer auf später nicht selten am Rande des Kitsches bis hin zu den beliebten Schauplätzen der Rosamunde Pilcher Filme arbeiten seither im Bündnis mit romantischen Sehnsüchten nach Authentizität regionaler Sitte und Folklore unberührter Natur und anrührender Geschichte immer wieder gegen unsere immer nüchterner werdenden modernen Lebenswelten an. Häufig mit staunenswertem und zweifellos beglückendem Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank.